Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Gewinnspiel aus dem Monat Juli. Es wäre das zweite Gewinnspiel vom Monat Juli und es geht diesmal um Dinosaurier. Wer meine Videos ja eigentlich verfolgt, der müsste eigentlich wissen, müsste eigentlich dann schon wissen, um was es geht. Und zwar geht es jetzt erstmal um diese limitierte Edition um eine Sammelmünze. So schaut es aus. Und die ist auf 7500 limitiert, weltweit. Ich glaube die erhalte ich doch, weil dann kriege ich bestimmt 30.000 Euro. Nein, die bekommt ihr. Die Jurassic Park 25 Jahre Sammelmünze. Und dann gibt es dazu das oder den Jurassic World Film im Steelbook. Ja, im Steelbook. Ja, im Steelbook. Ne? Äh, im, kriegt ihr auch gleich mit, in einer Schutzfolie. Und, ja, brauche ich nicht mehr, weil ich habe ja die, äh, auch im Steelbook, wo aber alle 4 Filme drin sind. Und Jurassic World 2 habe ich ja sowieso schon im Steelbook drin. Also brauche ich das nicht mehr. Und die Sammelmünze war mal bei der Luchismist drin. Keine Ahnung wie teuer die ist. Ähm, und, ja, das gibt es zu gewinnen. Diese zwei Sachen. Wer das Münzensammler ist. Ich weiß echt nicht, ob sowas irgendwann mal Wert ist. Wer Wert hat. Keine Ahnung. Aber ich bin nicht so der Münzensammler. Und, ja. Pfff. Genau. Ihr könnt ja gerne mal mal schreiben, ob ihr Münzen sammelt oder ob dann, ob sowas mal wert ist. Aber gut. Genau. Um diese zwei Sachen geht's. Was müsst ihr jetzt dafür tun? Erstens, Abonnent sein. Zweitens, Video liken. Drittens, kommentieren mit... Hashtag Jurassic World. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und viel Glück und viel Spaß beim mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sag ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao.